Liebe Zuschauer in Österreich, der Schweiz und dem europäischen Ausland, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Wege zum Erfolgsspezial mit Themen wie Auswandern, Sicherheit in Deutschland, wenn es hier mal nicht mehr so einfach ist oder für Menschen, die in sich den Wunsch haben, was ganz Neues anzufangen, in einer neuen Kultur, anderen Kultur zu leben, in einer neuen Lebensgemeinschaft, andere Lebensformen zu wählen. Und dafür habe ich heute einen Experten eingeladen, wo ich mich besonders darauf freue, weil er ist direkt aus dem Herzen von Bolivien hier eingereist, Enrique Rosenthal. Herzlich willkommen! Ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen Dank, liebe Beate. Es ist für mich ein Privileg, auch hier in dieser Runde sein zu dürfen und über diese wichtige Thematik zu sprechen, Krisenvorsorge, Auswandern, Leben im Ausland. Denn ich denke auch, es ist ein Thema, das immer wichtiger wird und immer mehr Menschen einfach auch Fragen haben und Antworten brauchen. Lieber Enrique, du bist Visionär und Experte für den Aufbau von autarken Zufluchtsorten. Du kreierst Projekte für neue Lebensgemeinschaften. Jetzt kann man sagen, wie du es vorhin schon genannt hast, zum Beispiel als Vorsorge in Krisensituationen oder einfach auch, um irgendwo in einem anderen Land ein neues Leben zu beginnen. Was du da genau tust und wie du das machst, da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber jetzt in diesem Zusammenhang, was ist denn dein Rezept oder was bedeutet für dich Erfolg? Für mich ist Erfolg auf zwei verschiedenen Ebenen zu sehen. Geschäftlich und privat. Geschäftlich wäre für mich Erfolg oder ist für mich Erfolg, wenn ich helfe, ein Projekt umzusetzen oder Menschen zu einem Projekt zu führen, das Sinn macht, vor allen Dingen Sinn macht. Denn es gibt viele Konzepte, Geschäftskonzepte auf der Welt, aber es gibt viele, die einfach, so sehe ich das, keinen Sinn machen. Sinn machen bedeutet, dass es etwas ist, was den Menschen etwas bringt, wirklich hilft in einer Lebenssituation. Und wenn ich in diesem Sinne also helfen und dazu beitragen kann, dass Menschen etwas umsetzen können, was wirklich Sinn macht, dann habe ich eigentlich diesen Erfolg erreicht. Und privat könnte ich es vielleicht so ausdrücken, dass es mit Menschen zusammenarbeiten und ein Projekt umsetzen, wo alle harmonisch zusammenarbeiten. Wo man glücklich ist, wo man eine ähnliche oder gleiche Weltanschauung teilt und auf diese Art und Weise ein Projekt umsetzt. In Harmonie, das ist mir so wichtig, das Zwischenmenschliche ist für mich fast wichtiger wie die Sache an sich. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Enrique, warum tust du das, was du tust? Was ist eigentlich deine Geschichte? Was ist deine Vision? Und was sind deine Ziele? Meine Vision ist, einen autarken Zufluchtsort auf dem Land aufzubauen. Weil ich denke, das autarke Landleben wird immer wichtiger in dieser Weltsituation, in der wir uns befinden. Es gibt viele Krisen, die auf die Welt zukommen. Es gibt viele Dinge, die mir persönlich gar nicht gefallen. Verlust der Privatsphäre. Die Meinungsfreiheit ist unter Attacke. Und es gibt viele Säbelrasseln. Es gibt viele Verwirrungen in der Politik. Und die Wirtschaft ist nicht mehr so auf stabilen Füßen. Und natürlich kommen zu Naturkatastrophen andere Dinge, dass man sich wirklich berechtigte Sorgen machen muss. Ich möchte da nochmal zum Ausdruck bringen, die Wichtigkeit der Grundprinzipien, die wir als Menschen haben und wahren sollten. Und zwar Religionsfreiheit, Glaubensmeinungsfreiheit, Privatsphäre, freie Presse. Alle diese Grundelemente müssen gewahrt bleiben, weil wenn das nicht geschieht, dann driften wir zurück ins dunkle Mittelalter. Und dann kommen ganz negative Dinge auf die Welt wieder zu. Ich möchte da noch einen Satz, ein Statement bringen, das ich sehr wichtig finde von Edward Snowden, der uns ja auch alle aufmerksam gemacht hat über die totale Kontrolle und Überwachung, die über die Welt kommt, die ich persönlich nicht gut finde. Er sagt, es gibt Menschen, die sagen, Privatsphäre sei nicht wichtig, weil man hat ja nichts zu verbergen. Und dann führt das aus, das wäre so, wie wenn man sagen würde, Meinungsfreiheit wäre nicht wichtig oder Redefreiheit, weil man hat ja nichts zu sagen. Und da möchte ich noch einen Eindruck obendrauf geben. Das wäre so, wie wenn man sagen würde, Religionsfreiheit wäre nicht wichtig, man glaubt ja an nichts. Das heißt, diese fundamentalen Grundwerte müssen bewahrt bleiben. Und das ist zum Beispiel auch unsere Vision. Es geht darum, vorzubeugen. Man sieht Tendenzen. Ich erkenne seit vielen Jahren Tendenzen. Und diese Tendenzen führen ja auf etwas hin. Und deswegen ist es so wichtig, sich vorzubereiten auf Krisenfälle, finanzieller Crash, ein weiterer großer Krieg. Deswegen ist es unsere Devise, vorzubeugen und dann in Ruhe zurückzulehnen. In anderen Worten, besser zehn Jahre zu früh als einen Tag zu spät. Und jetzt, weißt du, wir haben gemerkt, dass ein Zufluchtsort aufbauen, ein autarken Rückzugsort, ist nicht von heute auf morgen. Wir sehen es so wie eine Ache. Die Ache Noah ist ja bekannt. Die hat auch 120 Jahre gedauert, bis sie gebaut wurde. Es ging nicht von heute auf morgen. Und in dem Sinne, wenn eine Krise kommt, dann kann man sich nicht mehr vorbereiten. Es ist zu spät. Deswegen ist die Vorbereitung vor der Krise. Und wir zum Beispiel in unserem Fall bauen schon ein Projekt auf für alle, die sich selber noch nicht richtig vorbereiten können. Enrique, wenn man mit so einem Projekt startet, da gibt es ja zum einen Menschen, die sich nach so einem Leben sehnen, irgendwo im Ausland. Aber es gibt ja mit Sicherheit auch Investoren, oder? Ja, genau so ist es. Und ohne Investoren funktioniert so ein Projekt auch gar nicht, weil es braucht wirklich einen starken finanziellen Rückhalt. Wir haben begonnen aus Eigeninitiative damals vor zwei Jahren, zum Beispiel in unserem Projekt, und haben sehr viel Eigenkapital eingebracht. Aber dann haben wir gemerkt, wir brauchen den Rückhalt von gleichgesinnten Investoren, die auch zusammen mit uns zum einen krisenvorbereitet sein möchten, zum anderen anderen Menschen helfen möchten, auch krisenvorbereitet zu sein, aber logischerweise auch ein Geschäft aufbauen möchten und daran auch Geld verdienen möchten. Wir in unserem Fall, wir verdienen also an den Landgrundstücksverkäufen, später an den Landhausbauten und aus allen anderen Einkommensströmen, die sich einfach automatisch ergeben, wie zum Beispiel die Rinderzucht, die Milchproduktproduktion, die Fruchtgärten, die Edelholzbäume, die wir aufbauen und pflanzen werden. Und so wird es viele verschiedene Aspekte geben, wo einfach auch ein Investor mitverdient. Der wird dann Teil unseres Projekts und ist dann integriert, kann so aktiv mitarbeiten, wie er möchte, kann auch einfach nur neutral zusehen, wie wir ja die Vision umsetzen und verdient dann einfach mit uns mit. Okay, und ich verstehe das richtig, dass dann Einheimische integriert werden. Und letztendlich ist es ja, so wie es bei mir jetzt ankommt, ein soziales Projekt auch. Es ist ein sehr soziales Projekt. Es hat alle diese Prinzipien im Rücken. Wir sind sehr soziale Menschen. Wir haben zum Beispiel in Bolivien damals mitgeholfen, direkt und indirekt zwei Waisenkinderdörfer ins Leben zu rufen. In dem Sinne ist es uns ganz wichtig, auch als Europäer in einem Drittweltland, zum Beispiel in Bolivien, im ärmsten Land Südamerikas, auch etwas abzugeben. Und es macht auch so viel Freude. Umso mehr man gibt, umso mehr bekommt man. Und zwar auch im Herzen. Das ist unsere Erfahrung. Wir schaffen Arbeitsplätze. Wir helfen Menschen, auch aus der Armut in die Mittelschicht aufzusteigen. Und es ist so schön, das mitzuerleben. Ja, ich glaube, das ist schon auch ein wichtiges Projekt. Wenn ich mich jetzt so entschieden habe, mich an so einem Projekt zu beteiligen, wie finde ich denn jetzt genau das richtige Projekt? Gott sei Dank sind mehrere Projekte weltweit am Entstehen. Und ich hoffe, es kommen noch viele mehr hinzu, denn es ist die Notwendigkeit, autark auf dem Land zu leben, wird immer größer. Ich denke, es geht jetzt ganz stark darum, um das persönliche Bauchgefühl. Man muss besonders mit der Person reden, die ein Projekt auch leitet, in Kontakt treten, E-Mail schreiben, schauen, was für Informationen man auch im Internet darüber findet. Und dann aus dem Bauchgefühl entscheiden, ich denke, das könnte das Richtige für mich sein. Und dann aber dennoch mit den Personen reden, die dahinter stehen, um zu sehen, ob das eine ähnliche Weltanschauung ist oder vielleicht doch eine ganz andere. Nicht, dass man im falschen Projekt landet. Und es ist ganz wichtig zu sehen, nicht nur aus dem Bauchgefühl entscheiden, obwohl das ein wichtiger Faktor ist, sondern natürlich auch die juristische Grundlage nochmal prüfen. Also es ist auch sehr empfehlenswert, den Ort, wenn man die Möglichkeit hat, auch zu besuchen, um sich selber anzuschauen. Welche Tipps hast du für unsere Zuschauer, die sie jetzt konkret zu Hause umsetzen können? Da möchte ich mich direkt an die Zuschauerschaft wenden. Also das Wichtigste ist, einfach erst mal offen zu sein und zu analysieren. Studieren, im Internet surfen, Möglichkeiten herausfinden, verschiedene Projekte analysieren, unter die Lupe nehmen, Vorteile, Nachteile. Die Sprache, die man da spricht, welche Kultur ist dort? Gibt es eine deutschsprachige Gemeinschaft, wo man Rückhalt hat? Sind die autarken Aspekte gegeben? Sind die juristischen Elemente gegeben? Alle diese Dinge gilt es zu analysieren. Dann in Kontakt treten mit einer Person, die so ein Projekt leitet, Fragen stellen, auch kritische Fragen stellen. Und dann schauen, welche Antworten man auch erhält. Und das Wichtigste ist, denke ich, einfach diesen Prozess zu beginnen. Weil auswandern oder in ein anderes Land sich niederlassen, ist ja keine Sache von heute auf morgen. Das ist keine so schnelle Entscheidung. Deswegen ist es so wichtig, einfach diesen Prozess zu starten. Lieber Enrique Rosenthal, vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Und dass du wirklich diesen weiten Weg aus Bolivien auf dich genommen hast, um hier zu sein. Für mich ist es eine große Ehre. Ich denke, da konnten sehr viele Zuschauer sich einiges Interessantes mitnehmen von dem, was du uns heute berichtet hast. Vielleicht ist in dem einen oder anderen schon eine Idee entstanden oder ein Wunsch entstanden oder ein Gefühl entstanden, dem nachzugehen und etwas ins Leben zu bringen, einen ersten kleinen Schritt zu machen. Ich könnte es mir vorstellen. Für alle, die uns jetzt über Internet oder über YouTube gesehen haben, wir strahlen unsere Fernsehsendung europaweit über Satellit aus. Und zwar jeden Samstag um 19 Uhr zur Primetime. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Beate Bayerle Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis zum nächsten Mal wieder mit dabei sind.